Hallo Freunde! Willkommen zu Nami's Schwimmstunde. Ihr habt es vielleicht gesehen, bei TAPDOG hat sie das Wasser ein bisschen gemieden. Und jetzt sind wir hier am Bodensee und sie ist hier auf dem Sender Paddel. Und jetzt soll sie ins Wasser springen und die Frisbee Scheibe holen. Bist du bereit Nami? Es geht jetzt los! Es geht los! Und hol's! Komm und hopp! Ja, sehr gut! Super! Jetzt seht ihr Trick 17, wie ich sie wieder aus dem Boot bekomme. Und muss sie nämlich am Nacken hochziehen. Komm hier! Hier vor! Hier vor! Gehen wir erstmal das Ding! Oh, sehr gut! Achtung Schüttler! Oh, super! Schön gemacht mein Schatz!